einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt wie ihr gerade gesehen habt wo die tiers plus ne buch ist hier zwei plus deluxe oder so ich guck noch mal nach wo die tier 2 deluxe plus also ich hätte heute eigentlich mal bei den einstellungen vorher noch gucken das gibt es übrigens für die switch ok hier kann ich mir einen ball kaufen so wie es aussieht schade dass es komplett in englisch ist ein dreifach sprung dafür habe ich nicht genug punkte da brauche ich diese lilanen sachen so Oh, 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 oh! Ein schnubärtiger Baum. Das muss irgendwas mit den Dingern hier auch noch zu tun haben. Hier ist auch etwas grau. Wir gehen jetzt einfach mal hier ein bisschen weiter, also da waren wir ja schon. Hier oben ist Rochenladen. Hier kann man gegen rote Beeren, aber wie kriege ich die Dinger denn? Gehen wir mal hier unten durch. Da darf ich noch nicht durch, weil ich noch irgendwas finden muss. Da darf ich auch noch nicht durch. Ich glaube, ich bin zu durche, das Spiel zu spielen. Kinder spüren, ich kann es nicht spielen. Hier darf ich auch nicht hin. Vielleicht hinter dem Baum. Ich habe was gefunden. Hier sind Bären. Okay, also hier kann ich werden. Wenn ich jetzt mal ein Deutschmeer wäre natürlich wichtig, Knurke. Also ich weiß, was da war die von mir rollen. Ich habe ja noch nicht geholfen. Ich habe einen Schuh. Ich habe einen Schuh. Oh, ich habe einen Schuh. Ich habe einen Schuh. Oh, das ist ja so schön. Wir müssen mal gucken, ob wir dabei das machen sollen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es eine leichte Platin wird. Das könnte ich mir auch vorstellen. Das könnte ich noch nicht. Das könnte ich noch nicht mehr so schnell machen. Das könnte ich noch nicht mehr so schnell sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, oh, oh. ARD Text im Auftrag von Funk Spannungsgeladene Na, da darf ich nicht hin und hier, hier scheint es, dass ich hin darf. Da darf ich nicht hin, da darf ich nicht hin, da darf ich nicht hin. Oh, eine Blaubeere. Ich muss mal gucken, ob jemand so hoch ist. Da darf ich nicht hin, da darf ich nicht hin, da darf ich nicht hin. Da darf ich nicht hin, da darf ich nicht hin. Das ist so schön, da darf ich nicht hin, da darf ich nicht hin! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hopp, hopp. Gucken wir, ob die Tränen. Ne, Bräuchern hat noch nicht geschrieben, was im Wasser. Wie groß wollen wir die Qualt holen? Wie groß wollen wir die Qualt holen? Kann ich den Teil wegfressen? Drei Mal. Okay, wir haben jetzt schon mal einen Tropfen. Okay, wir haben das ganze Zeit. Ich weiß, dass es so schön ist. Ich hab meine Tränen. Aber ich habe keinen Fall. Ich habe keine Tränen. Aber ich habe einen Tränen. Ich habe einen Tränen. Ich habe einen Tränen. Der Tränen. Ich habe einen Tränen. Okay, das ist schon so gut. Okay. kuck so Oh, okay. Das war's für heute. Oh, oh, oh. es ist eigentlich nur so wie es aussieht rumieren und sachen sammeln das ist ebenso wie es aussieht Was ist das? Oh mein Gott, das ist so schön. Ich glaube, wir können hier gleich aufhören heute auch. Ich würde sagen, wir können aufhören. Wir müssen halt hier, wie ihr seht, in jedem Gebiet sind drei Wassertropfen. 80 Blaubeeren, da sind 100, 140, 90. Wir müssen die Blaubeeren finden. Und wir müssen die Wassertropfen finden. Und dann wird das Gebiet hier unten in der Mitte irgendwo, wo wir hier waren, kriegen wir dann neue Gebiete frei. Wir können auch Schnellreise dann dahin machen, zu denen wird wir freigeschalten haben. Und wir können uns für die Blaubeeren dann hier was brauchen. Haben wir natürlich noch nicht genug, aber wir haben ja auch hier oben noch. Da ist Erdbeeren, da ist auch Erdbeeren. Also wenn ich alle habe, okay. Äh, wir hatten doch hier unten noch 150 oder so. Wir haben auch noch nicht alle Gebiete frei. Jetzt gucken wir mal nach Trophäen. Falls das überhaupt Platin hat. Das hat Platin. Das kann man abends im Stream mal machen, wenn es eher um Quatschen geht, dass irgendwas im Hintergrund ein Gameplay ist oder so. Da kann man hier einfach nur rumlaufen, weil hier ist kein Endbox, kein gar nichts mit bei. So wie es jetzt aussieht. Das ist halt ein Kinderspiel. Das Kinderspiel soll jetzt auch nicht verächtlich klingen. Das ist halt was kleine Süße. Gibt es wie gesagt auch für die Switch. So, das soll es jetzt soweit gewesen sein. Ich verabschiede mich. Wie gesagt, schaut doch mal bei Twitch vorbei. Odin-Ase. Link in der Videobeschreibung. Den Link zum Spiel mache ich euch auch natürlich in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.